Hallo ihr Lieben, was geht ab? Wir sind wieder mit dem Team und einer wunderschönen Kombo unterwegs. Wie es im Titel steht, wir spielen die Taunts und die Charms. Das heißt Galio, Rakan, Ari, Shen und Rammus sind mit dabei. Also auch wieder die übliche Truppe Loki, Slushy, Joshua und meine Freundin Mary. Moin, moin. Ich glaube wir spielen ihnen dieselben. Die Nidalee ist im Übrigen Diamond 1. Also viel Spaß. Gehen wir hier rum? Ja, das ist Niki. Ich könnte auch mal, also mit Adi, Ari ist es. Jawoll! Komm, lass hier stehen, lass hier stehen. Ich habe 10 Sekunden. Ja, ich habe noch 5 Sekunden. Ey Leute, ich brauche ganz dringend. Ja, scheiße, allerdings. Mary hat recht, sie braucht Pool. Ich habe auch was Falsches geskillt, ne? Also, danke. Was hast du geskillt? Ich habe meinen E geskillt. Uh, du hast auch den Taunt genommen. Hm, ich habe direkt den Taunt geskillt. Das heißt, wir haben direkt 3 Taunts getroffen. Ich helf! Ja, ich mache dich runter bis 200 ungefähr. Vorsicht, noch einen. Oh! Oh, das war so cute! Cute, cute, cute! Guck mal, Nidalee ist halb tot, sie kriegt nicht so einen Gainpool. Aha, kann ich hier lang gehen, ohne zu sterben? Mo... Mo... Nein! Alle 3 gemisst. GG. Wir haben uns wieder überlegt, wer passt diesmal auf die Botlane. Und der einzige richtige Range Champion bin ich. Und dann hat Slushy Boy gesagt, Easy, Adi, Adi. Dann haben wir gesagt, Call is Call. Also, fast Mike ist für dich, ist alles mein Volk. Nice. Richtig geiler Double Jam. Ohne, ohne dass wir überhaupt geredet haben. Blinde Absprache schon in diesem Team. Also, ich könnte gleich Flash wehen. Ja, ich überlege... Genau das habe ich auch gedacht. Ah, jetzt haben die keine Minions mehr. Du kannst auch auf sie, äh, von mir aus drauf. Musst aber nicht flashen dafür. Ja. Wo die... Zu mir? Ja. Ich flashe, okay? Ich bin jetzt grad so scheiße. Ich komme einmal top. Okay. Ich bin gespannt, ob... Oh mein Gott, der Minion. Oh. Da. Okay, wenn das... Nein! Bot hat gar nichts mehr. Och nee, oder? Oh. Pass auf. Oh mein Gott, das Taunten ist so awesome. Warte, auf die drauf! Oh, ist das spannend hier. Das ist hier spannend. Schade. Schade. Aber egal. Niederlin noch Flash. Warte, warte, ich bin... Ah, was machst du da? Bleib ich noch eine Wave? Ja, rein. Auf die, auf die Gemellen. Ja, soll ich wieder auf den Bot kommen, oder soll ich... Ja, jetzt reicht's aber. Auf jeden Fall zu mir. Ja, weh. Achso, weil es nicht Recaller, meinst du? Ne, die Nami kommt auch, dann wollen die bestimmt rein direkt. Ich hab mich taunt ab. Ich hab mich taunt ab. Ich hab mich taunt. Nein! Komm mal hier rein, ins Gebüsch. So ein auf den... Trap und so. Was machen wir denn da? Warum sind wir so greedy? War so cool. Ich weiß es nicht. Haben sie gerochen. Ja, das war echt cool, ey. Das Taunt macht richtig Spaß. Das ist ne supergeile Mechanik und ich glaub, das sind die einzigen 5 Champions, die es dabei gibt. Ich mein auch... Also... Es gibt ja auch so wenig Taunter, dass man... Dass wir das mit dem Schaden... Hast du noch Flash näher, ne? Ne, hab ich nicht mehr. Ich glaub, wir können die Ash... Ah... Ich weiß grad selber nicht. Ich komme rum. Oh ja, das ist super. Die haben keine Sums. Müssen spilen. Die Minions sind jetzt weg. Ich tu mal so einen auf Freeze. Okay. Einer muss engagen. Aber ich weiß nicht. Roll einfach rum. Roll einfach rum. Okay, roll roll roll. Und los. Nimm Ash. Nimm an sie. Die? Die Taunts, Mann! Das ist so geil, Mann. Wenn man das... Wenn einer hitzt, ne? Dann können wir in die Dauerschleife... Ganz genau, ey. Das ist so geil. Wenn man das richtig abspricht, dann kommt niemand mehr weg. Ist du noch voll genug? Brauchen wir den Tower-Dipen? Wie kann man das hier? Ähm... Ja, ich komme. Ich kann versuchen, an die Ash zu kommen. Du kannst dich immer im Hintergrund halten, wenn du Rakan bist, weil du kannst ja über mich dann äh... Äh... Ehen. Okay, warte. Wenn sie noch 1 CS... Ich muss... Ah, jetzt bin ich geslowed. Vielleicht wird sie den CS haben. Top mit Jungle. Schade. Ich hab bisschen gehofft. Okay, sie. Sie hat Angst. Alles gern. Ich hab's gehofft. Ich hab's gehofft. Ich hab's gehofft. Ja, hier. Ja, hier. Ja, top. Mitt... Mitt... Mit... 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 Oh mein Gott, ist das witzig! Ey, mit Rakan vor allem! Ey, ich... Ich mag dieses so Code. Der hat keinen Flash up. Ich ult die da. Okay. Aber nicht, dass der mich dann äh... Der hat keine... Richtig stark. Ey, sie hat versucht zu dodge und dass ich dann... Von hinten oder wie? Okay, ich bin da. Ich versuche rein rein. Ohhhh! Ah, knapp! Knapp! Oh mein Gott! Das war ein bisschen knapp. Hier ist top. Ja. Oh oh! Und kam das? Komm ich weg? Ja, war nur der Ash. Äh... Das Ash eh. Ey Leute, das macht so... Ich kann nicht glauben, dass drei von denen... Hohes Diamond sind. Ja, die zwei sind Low Diamond. Eine... Ich paddle... Der es Spiel gar nicht so schlecht. Ja genau, die... Ja genau... Ja genau, sie hat auch 2, 0. Ja also... Aber unsere Kombis ja, war bei Hut. Jaa, das stimmt... Okay, die haben... Tawrada... Tawarda level 3... Das wäre doch ein bisschen zu vielurer's Guten! Fake dich doch.... Also wir sollten auf der Botlane noch stärker sein, eigentlich. Ja, und ich bin vor den Level 6. Ja, Adi, aber die läuft. Nice. Komm rum, Leute, ich komm rum. Warte, warte. Wäre angemessen. Ich bin jetzt 6, ich kann rein. Ja komm, geh rein. Ey, warte mal, Joshua, du sollst Dynami killen. Was? Ich bin hier doch nicht alleine getötet. War der nicht schon super low? Falk, ich wollte beide haben. Jetzt geben wir keinen. Nein. Nein, muss man nicht. Da müssen sie exekuten. Exekuten die. Der hat taunt, Alter. Wow, das war green. Okay, dann hätte ich auf Nami bleiben sollen. Weil ich dachte, ihr habt die Nami safe. Ja, dachte ich auch. Die war ja schon low. Aber wenn ihr beide von der uplässt. Ja, ja, ich dachte, es reicht, wenn ein Dings da bleibt. Weil ich bin ja der Damage-Dier. Du meinst die Ass-Dinge, Alter, 22. Nächstes Mal finishen wir lieber die Safe-Dinge. Ich meine, Summoner ist auch gespart. Ich komm gleich drauf. Okay. Alles gut, alles easy. Oh! Ich weiß nicht, dass es ne lange Zeit ist. Ich weiß, wie viel Gold brauch ich. Eigentlich kann ich back. Eigentlich passt es. Oh! Wo ist sie? Schade. Ich hatte leider nicht genug Mana für mein Charm. Ja, aber was ganz... Millimeter zu weit weg von meinem Nami. Hm. Okay. Das wusste ich nicht. Sonst hätte ich mich vielleicht anders hingestellt. Ja, ich wollte dich da jetzt auch nicht wieder reinbaten. Hm. Ja, weil ich... Ich kenn nur vom Spotlight, dass Rakans eh extrem weit geht. Aber das liegt daran, weil wir das Spotlight mit Xayah gemacht haben. Da kann er nicht doppelt so weit jumpen. Also, der geht bis hier. Nochmal. Stamm von hinten, Loki? Also, wenn ich hier gerade stehe, bis hier. Oh, das ist ja echt nicht weit. Okay. Okay. Im Übrigen, wir können direkt auf Ash drauf gehen. Jetzt kann ruhig. Deswegen. Und ich eh... Das ist so mies mit mir. Ich sehe keine Mana. Guck doch, Marvin. Lass diesmal Nami nehmen. Lass diesmal save. Wow, wow, wow. F***. Glauben, die Kamel ist ja Mist. Oh Mist. Das soll wieder alles... Oh, oh. Ja, f***. Moin. Moment mal. Ah. Anishin hat keine ulti. Ah, das wäre sweet gewesen. Wir können die diven. Eigentlich. Kannst du von oben diven? Ja. Ja, ja. Ich habe auch Flash. Also... Willst du drauf? Ja. Wir haben einfach zwei ultis zum save. Das ist auch eine ebenskele Kombo. Reicht? Oh! Ich habe keinen Heal. Oh, der Keks. Ja. Haben wir einen Plan, wo die Niederlehe ist? Nein. Tower können wir nehmen. Ist das der erste Turm? Ja. Top, top, top. Kann ich... Ja, ja. Das Gold haben, aber... Ich muss noch ein bisschen... Scheiße. Ja. 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 Wir können den Drake machen dann, wenn die Niederlehe top ist. Danke. Können wir? Äh, wir können den Drake. Ich muss noch eine Q schießen. Äh, hier ist Niederlehe. Komm mit Drake. Komm mit Drake. Komm mit Drake. Oder Loki. Vielleicht braucht Loki Hilfe. Ja, ich komme schon. Ja, wir haben den nicht getroffen, Leute. Ah, den kriegen noch, den kriegen noch, den kriegen noch, den kriegen noch. Ja, lass einfach den Drake machen. Nein. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Ich bin low. Ich hab TP. Nein. Nice. Sorry, Ashwa. Ich hab dich nicht gehealt. Ey, das darf nicht wahr sein. Ey, warum bricht dein Q denn ab, wenn du gebabbelt wirst? Ja, ne? Ich krieg dich trotzdem. Äh, weiß nicht. Nee. Könnt ihr warden? Haha, die Torns, Mann. Könnt ihr warden? Äh, ne, ne, ne. Ich hab keinen Mod. Ich hab keinen Mod. Ähm, muss ich nicht gehen? Ähm. Hi. Ah, ne. Die kann ich auch noch holen. Bist du bereit? Ja. Woops. Woops. Sometimes you suck. Oh, oh, der Greed is real. Der kommt von die Edge. Oh, die Bubble. Nein. Der Greed is real. Du hast recht, Schatz. Oh, nein. Doch nicht. Er macht es. Er macht es. Wirkend auf die Nami, die Nami squishy. Oh, he's doing it. Oh, kommst du weg? Er darfst du von ganz alleine. Ja, Galli kann leider echt nichts mehr machen mit dem Leben. Wann hat er wieder seine W zum Jumpen? Oh, hat er Kneid? Nein. Aber ich kam rumgerollt. Oh mein Gott, vielleicht krieg ich sie. Alright, ich hab meine Items, ich konnte super einkaufen. Ich feiere das, dass die ganz am Anfang des Spiels geschrieben haben, you won't win this time, kids. Dieses Mal werdet ihr nicht gewinnen. Oh, schade. Wir haben die Taunts, die haben die Combo. So. Bloß die Klammer ist auf der Toppen jetzt, aua, 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 die ist nicht, die ist nicht. Machen sie den Drake? Ich komme zu. Ich hab nichts ab, aber sie ist für mich lowlife. Komm ich bade sie. Und du hast viel Farm? Na, 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 na. Na, ist so scheiße. Ich vergesse immer, dass das so kurz so Reichweite hat. Ich hätte zu dir laufen können, ne? Ja. Dann hab ich so nach oben gedashed, hab ich mir gedacht. Niederlay. Ist der Garljot, wenn ich blue? Ist down. Ich hab eins. Garljot hat eigentlich gar keine Mana-Probs. Vorsicht, hier ist noch die Ash unten. Ich hab mehr Farm als die Ash, also. Ich brauch Double-Crit hier, wo haben wir's? Ich komme. Alter. Oh, ich komm. Vorsicht, Camista, hat Shen Ulti erst in paar Sekunden. Schützt am besten Galio, würde ich sagen, oder? Schützt am besten. Alle sind wirklich tanky, what the fuck. Wieder rein, oder? Wieder rein. Wir sind mega los. Wir kommen, Erwin. Nein, Erwin. Schützt am besten. Aber es geht noch gut. Voll komisch, wenn Erwin. Komm schon rein, wenn ich er holte. Oh mein Gott, Leute. Schützt am besten. Schützt am besten. Schützt am besten. Vor allem, wir müssen uns eigentlich immer absprechen, wenn jemand Flash hat. Weil wir haben alle nen Flash-Move, ne? Mhm. Diese Thorns haben alle nen Flash-Move. Oh, schade. Oh. Mein Gott, knapp. Mach mal der Sperr, ich will ihn nicht. Ich bin getroffen. Ich will von ihm alle nicht. Hehehe. Wo ist sie, wo ist sie? Die ist doch da. Okay. Und jetzt raus. Was ist mit dem Drake? Ich muss drauf hin. Ja. Vielleicht können wir machen. Komme, warte wieder rein. Geh schon mal hin, ich komm gleich. Oh, da haben sie geflasht. Flasht. Da war noch Drachen, mach nur nicht. Jetzt aber Drake. Jetzt aber Drake. Ey, das macht so viel Spaß, wenn du da bist. Das ist so genius. Wirklich. Ich kann danach noch eine aufnehmen. Warte? Ja. 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 Ich hab auch schon wieder meinen Flash. Hier. Aber hier ist gewartet, oder? Soll ich den Samen gerne wieder weggehen? Nami? Oder Ash? Boah, die ist so frech, ne? Hab sie. Jedes Mal das gleiche. Aber egal, ich krieg die nochmal. Help, 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 help. Oh. Oh. Ihr müsst raus, TP abbrechen. Ihr müsst TP abbrechen. Nein, ich muss doch helfen. Alle Sams raus, jetzt rollt er. Ich rollt er. Intentional feeding, Alter. Wirklich. Geh nicht rein. Doch. Du hast guten Maffen, hä? Zumindest wollte ich helfen. Ich hab's zumindest versucht. Scheiß Crap. Zum Glück gibt's noch keinen Baron. Ja, der Mitteln Tower wird tot sein. Aber ist okay. Camille wird eklig im Late Game. Die bringt's nicht hin. LOL. Ich hab in 10 Sekunden. Wir können eigentlich direkt rein, wenn du W Ulti hast. Ich hab Ulti. Mary rollt auch schon. Ash? Wir können pushen. Die haben grad den Herald gemacht. Sind vielleicht low. Hier, lass mal so mitte gehen. Ich geh top rein. Also ich geh top rein pushen. Vorsicht, Schatz. Noch ein bisschen low. Ja, alles wird. Ich geh schon in top pushen. Den top kriegen wir, glaub ich. Naja, deswegen. Du sollst eigentlich bei uns sein, falls sie jetzt hier deffen wollen. Ich hab wieder Ulti gehabt. Okay. Schaffen wir's noch top zu Ulti? Nee, ne. Schade. Wir sind zur Zeit auf der Top. Ich kann von hier den Velcos schnappeln. Ja, genau. Das ist ein guter Platz. Gut. Das ist ein guter Platz. Ich hab da. Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg. Geil, auf Niederlehe, kommt irgendwer ran? Ach, da ist noch ein Turm? Ja. Die ist aber hier drinnen, ne? Ey, wo ist die lang? Dann können wir die Tower nehmen, oder? Können wir es? Ja, klar. Hier kommt eine Ash. Ich habe wenig Mana, aber... Ich habe in 10 Sekunden Flash Ult. Ja, das sind jetzt aber drei. Okay, ich hau ein bisschen auf den Turm. Erst mal hier reingehen. So ein auf den... Vielleicht weg. Also ich würde einen Sperr reinwerfen. Flash Taunt wäre... Drinnen, jetzt. Okay, ich gehe rein. Mhm. Ich bin überhaupt geblockt worden. Wuuuuh. Sie liegt slow. Ah, der Velkos. Oh, ich habe gefloppt, Alter. Komm zu mir. Hast du Kamil von mir won? Ey, warte. Ah, ganz knapp. Aber ich hatte meinen Ruhchen nicht, der wird nicht geschlorben. Sie slowen mich. Ah! 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 Scheiße. Der Velkos brezelt sich durch. Hast du meinet für den Redbach? Oh, shit. Da waren sie immer noch. Hat sich geheilt. Oh, die haben den Herald. Ich glaube, wir sollten einfach groupen und Shen soll deffen mit seiner Ulti. Ja. Jetzt noch Farron aufpassen. Lol. Der Herald hat es bei mir vorbeigebugt. Ich habe in vier Sekunden den Orb. Du musst aufpassen, da. Ja. Da ist noch der Velkos. Den kriege ich. Vergiss, blöd pushen. Lol. Ah, hier rausgebaitet. Extra nicht getroffen. Oh, mein Auto-Dex. Falsch geklickt. Ähm. Haben wir einen Sweep on alles, um für den Baron vielleicht zu baiten? Ja. Okay, hier. Hier. Nee, ich brauche, ich brauche einen Tank oder so. Nee, ich brauche einen Raka. Wir brauchen ganz dringend Mary bei uns, sonst klappt das nicht. Ich bin doch da. Ja, ich bin tot. Deswegen klappt das jetzt nicht. Ihr seid in Unterzell. Warum hast du nicht hier Ari geholtet? Weil ich hab... Du wolltest dir da gerade ulten, und jetzt ist er gestorben, Marvin. Ich bin super schnell schon. Ich hab keine Tote-Ziele ulti. Ich weiß von dir, was du denkst in deinen perversen Gedanken, aber... Perversen übertreib. Hä? Infernal Drake in 15. Mhm. Ich versuche mich mal hier rein zu sneaken, weil den Tower... Vielleicht kann ich den... Sneaky Pick machen. Ich krieg einfach die Niederladys, die Einzige, die fett ist. Autsch, One-Shot. Ja, die Niederlady nimmt das jetzt erst, Hat mich dieser Ash, dieser Ash-Eule da gesehen? Komme, ich komme. Das frage ich mich jetzt echt, weil... Da sind bestimmt welche drin. Achtung. Man hat diesen Kreis gesehen eigentlich. Ja, den kriegen wir. Ja, die kommen auch alle jetzt runter, ne? Den kriegt ihr nicht. Die kommen auch da. Ich bin gar nicht da. Hört jetzt auf zu throwen. Wir müssen jetzt echt mal selber Serious spielen. Und das Hauptproblem ist auch noch Velkos eigentlich. Schatz, bei uns hier. Ja. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, das ist hier... Jetzt hier oben ein bisschen Vision holen. Ich habe leider als ADC... Ich habe noch keine Ulti. ...keinen Sweeper. Ich habe erst einen wieder in 10 Sekunden. Ich auch. Pass auf, wir haben noch keine Ulti gehabt, ne? Okay, lass mal hier Sweepern. Und stelle ich mal hierhin für den Baron. Ist hier Free? Ne, Sweeper mal. Alle gleichzeitig abbekommen. Ja, hier ist... Da, Nidalee. Die spielen das so schön gerade. Man kommt nicht ran. Hab Nidalee. Geist. Warte, ich... Ich flash rein. Den krieg ich. Kamil, kurz, brauche ich noch flachen. Weiter. Okay, Baron, Baron, Baron. Ich gehe dürfen. Aber den Tower kann ich mehr löschen. Falls Ash scheiße steht, dann flash, äh, charm ich sie. Falls sie scheiße kommen. Kamil, TP? Ich habe Ulti ab, ich habe Ulti ab. Falls, äh, nicht. Auf Kamil? Ja. Baron. Okay, Schatz. Nice. Easy, live. Was denken die? Was denken die? Ach so. Kann ich den mitfarm haben? Ja, klar. Mary treut mich. Es macht voll Spaß hier, sich nicht gut zu rollen. Wie viel brauche ich noch für meine IE? Ich habe genug. Passt, Slashy, du bist kurz alone. Mach den mal. Hä? Was ist denn bei mir in der Weg passiert, doll? Wir müssen weg. Ach so, doll. Marvin, was machst du da? Ach so? Nee. Ich bin nicht, ich bin nicht. Geht kurz zurück und lasst, äh, mit dem Baron. Oh. Wenn die reinlacht. Ja. Haha. Marvin, der hat mich hier. Du links hier. Ich sterbe nicht. Ich muss nur spielen. Ich nicht. Mann, das ist ein Maul. Du hast mich so reif. Nee, bitte. Du musst doch nicht abfollowen. Gut, ich höre es nicht auf Marvins Quatsch. Ich bleibe es nur bei Marvins. Schatz, vorsichtig. Save den Baron Buff. Mike hat mich zumindest gebt. Niemand hört es auf mich. Was hast du gesagt? Du, ich war so tief drin. Dann war einfach noch cool. Wie hieß es? Ja, aber zu zweit hätten wir noch weiter pushen können. Ich komme sofort wieder. Ich bin in 20 Sekunden da. Hast du ihn, 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 hast du ihn. Hast du ihn, 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 hast du ihn. Ich habe noch keine Ulti, aber ich hätte es nur CP, ja, versuchst du ihn. Loll, dein Damage. Stark, wir können wieder rein, wir können wieder rein. Nice. Und jetzt pushen, ich habe noch den Buff hier. Wann hast du Ulti, Slushy? Ähm, 30 Sekunden. Okay. Einfach Tower. Wenn die reinjumpt, dann können wir. Er hat eh kein Ulti mehr. Danach Mitte. Ja, wir sind drei Ulti, ja. Nicht rein, Schatz, nicht rein. Lass uns den E-Beton holen. Aha. Was passiert da gerade? Nice. Seid ihr etwa OP? Dead Commentary. Aha, was passiert da, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Richtig schön. Ich will nochmal gegen die spielen, das sind coole Gegner. Ist so, auf jeden Fall. Keine Yasus, keine Rivens. Der Slushy, der Slushy. Der Slushy. Zum Ende habe ich, glaube ich, gar nicht mehr geredet. Oh, die sind so traurig. Die sind so traurig. Wirklich. Das war die Taunt Charm Combo. Ich gebe meinem Supporter. Wollen wir Rakan geben? Mama, darf nicht vergessen, das war First Time Rakan, Leute. Dafür war er grandios. Wahnsinn, klasse, super. Ja, Hammer. Wahnsinn. Wahnsinn. Alright, Leute, hoffentlich hat es euch gefallen. Ansonsten schreibt gerne Ideen in die Kommentare, was ihr noch so für coole Kombos habt. Danke an die Mitspieler, danke fürs Zuschauen. Schaut bei Mario vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.